hallo und herzlich willkommen zu let's play botanikula wir sind letztes mal stehen geblieben bei diesen ich weiß nicht was ich das hier die sind jetzt ein bisschen hier laut bei mir ich sollte mal herunterdrehen so also wir sind hier irgendwo stehen geblieben und ja hier war eine blüte die ich irgendwie nicht bekomme da ist denken kraft hier ein hund und oben war irgendwo noch so eine eine kühlbox sozusagen oder was auch immer ich weiß nicht wie ich die nennen soll ich weiß im prinzip gar nicht was sie hier was benennen soll auf jeden fall nämlich den hier weg war das noch mal okay ich glaube ich bin wieder mal falsch ich gehe mal nach unten vielleicht komme ich da wo nein jetzt komme ich da wieder hin ich gehe mal hier unten und dann gehe ich diesmal hier oben dann bin ich dann komme ich hier oben an okay ja toll ich gehe mal so den weg unten lang dann den oberen weg okay gut ich dachte schon jetzt falsch was 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 war das was soll das jetzt und nein nein nicht doch oder mann 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 was machen die für sachen das war eigentlich klar dass ich es falsch habe oder so was von klar kein problem ich weiß ja noch okay ich weiß doch nicht wie war das noch mal so ja und dann die oberen weg entlang genau dann muss ich hier den unteren weg nehmen und dann hier noch mal den oberen und jetzt vorsichtig hier kleinen so und jetzt haben wir schon diese zweite dings da ich gehe mal noch mal unten da war ja noch eine blüte die ich noch brauche okay das wird ja mal nach unten dann nach oben okay das wollte ich nicht obwohl vielleicht komme ich ja von hier aus irgendwo ok ok wo bin ich denn jetzt wieder mal hier am anfang okay dann nehme ich mal den oberen weg hier ah ja doch nützt mir nichts ich gehe mal hier lang dann oben dann gehe ich wieder mal unten dann war es so und dann gehe ich den unteren weg noch mal lang und 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 wo bin ich denn nein wie komme ich denn da unten hin was ist da los wenn ich hier oben lang gehe dann komme ich wahrscheinlich ja wieder da dann muss ich gibt es nur zwei pfeile ich kann ja nirgendwo weiter dann gehe ich mal den weg nach unten und dann den unteren weg obwohl der hat doch auch was damit zu tun oder sonst wäre er auch nicht da ja also irgendetwas hat dieser hund auch mit der ganzen kacke zu tun weiß nicht kann ich ihn irgendwie steuern ich glaube ja nicht ich glaube ich gehen wieder zurück und ach ja dinks ja diese dinger schön aber ja baum pflanze und ja ich gehe mal wieder mit dem hier ich muss noch mal ich habe mich ich habe hier nicht so viel erkundet soweit ich weiß weil obwohl eigentlich habe ich ja sozusagen alle sekunden da wengte im groben er hier war ich ja und habe versucht dieses china ding zu schlagen im eigenen spiel wieso denn nicht ich weiß nicht was ich mit mit dir anstellen soll warte habe ich irgendwelche items ok türo türo ok ok da bin ich wieder am anfang hier sind diese ach ja diese pilze vom anfang nein schnell ich mach mal eine runde nicht dass ich wieder hier auch gott er ist ja voll und wäre das ja voll geil und so ja oh 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 bitte nicht na ok das war teilweise auch meine schuld weil ich die steuerung vergault habe oh oh wir machten eigentlich diese geräusche oh oh kann ich das schaffen nein 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 ich weiß nicht ähm ich habe ja am ende von letzten parts sozusagen das ende nur mit dem hier verbracht weil ich nicht wusste was ich anstellen soll ich gehe mal wieder nach unten und schaue mal durch die anderen gegenden ok was ist das hier das hier ist doch was nein doch nicht oh was 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 ist das ok kann ich noch was machen das scheint wie wie eine schnecke aus mit zwei pop laufen ok was wird das jetzt vielleicht kann ich jetzt hier lang was ok wir werden von diesem auge verhindert ich weiß nicht was das uns nützen soll will diese schnecke etwa die welt erkunden indem sie mit uns mit einem augen verfolgt jetzt ist die musik irgendwie anders hier unten geht es ja auch noch weiter ach ja hier stimmt das stimmt hier war ja was hier war ja auch so eine ding und die machen sich gleich zu was ist das da oben nein ich wollte diese oh nein jetzt gehe ich schon weiter nach oben das kann sich aber mal hier strecken dieses fette schleimige popelauge ich würde hier gerne das kommt aber aha naja 3 sollen diese kreaturen hier wirklich so dargestellt werden Das sind einfach nur Schlangen Ja, ich habe jetzt drei bekommen Das ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet Ich habe eigentlich Was war das? Ich habe jetzt mir eigentlich sowieso nichts erwartet hier Ich bin irgendwie verwirrt Okay, aber ich muss hier jetzt gewinnen Erstmal alternative Routen nimmt dieser Käfer Habe ich so das Gefühl Oh nein Es will mir den Weg versperren Das war irgendwie klar Das blöde ist, es wird dann irgendwie schnell Wenn es mich dann umrempelt Komm schon, komm schon, komm schon Oh nein Nein, das war so knapp Boah, ich hau jetzt ab hier Ich gehe jetzt Ich muss mal wieder Ich muss irgendwie so Pausen nehmen Nicht, dass ich hier noch irgendwie aggressiv werde oder so Weil ich es nicht hinbekomme Ähm, ja, weiter hier bitte So, ich erkunde mal oben Ob es noch was gibt Ich Ich muss mal schauen Wie viele Augen hat dieses Ding hier oben War das schon oben, oder? Ja genau Drei Dinger muss ich noch finden Und dann hätte ich die letzte hier Aber warte, was war denn Hier hinten Ach ja, ich glaube man konnte ein Achievement bekommen Wenn man irgendetwas mit dem hier macht Hm, oder? Oder habe ich die Karte schon? Ähm Ich habe jetzt keine Ahnung Ich schaue mal durch So La, la, la Ach, egal Äh, ich klicke mal einfach alle an Ich weiß nicht wieso Ah, ich glaube ich habe jetzt Ja, ich habe es bekommen Siehst du? Äh, seht ihr? Aha, aha Seht ihr? Also die gelben Karten sind wie gesagt Achievements bei Steam Eigentlich bin ich ja nicht darauf aus, aber Ich habe es mal zufällig gesehen Ich weiß nicht, was der für einen Stunt machen will Und ich weiß nicht, was die Erdnuss da hinten will Als Austausch oder so Für diesen Helm Ach ja, da war ja doch Äh, dieses, dieser eine Ort da Wo Wo wir irgendwie draußen waren, glaube ich Und, ähm Irgendwie aus Von oben Irgend ein, äh, Ding Hey Oh, schau mal Josef von Marginarium Okay, äh, das Popel-Ding Ja, äh Die Kreaturen Der Schattenwurzel Aus 3 Und so So, ähm War es hier unten? Ne, das war es ja nicht Wo war denn dieses eine Ort jetzt mit den verzweigten Stellen? Okay Hier ist dieses, äh, Crof-Crof auch Noch ein Bach rund Ah, hier, okay Dann hier nach unten, glaube ich Ähm Wo heißt du, oder habe ich mich jetzt Verirrt Nach oben Und dann hier Oh, ich kenne ja nichts lang Dann muss ich ja hier runter Ja, ja Endlos Schleife Nein, jetzt bin ich schon wieder falsch Dann muss ich hier Ich gehe mal hier lang So Und dann hier runter Da hinten Okay, dann was Wo war das? Hier Nein, das war es genau nicht, äh, Dings Genau das hier Jetzt kommt irgend so ein Ding runtergeflogen Und was soll ich mit dem Habe ich ihn gerade mit der Zunge irgendwie erstickt? Mit seiner eigenen Zunge? Na, ich weiß nicht Was? Was versucht es mir zu sagen? Boah, ich Die Karte ist aber schon groß hier Der macht sich lustig über uns Nur weil ich nicht weiß, was ich machen soll Bam, bam, bam Bam, bam, bam Als würde das überhaupt nutzen Mhm, mhm Dann, äh, gehe ich mal wieder zurück So, gehe mal hier Und dann, äh Äh, hier raus Dann hier nach oben Ach, ich sehe schon diese Symbole Ich checke auch erst jetzt, äh Dass das, äh Anweisungen sind In welcher Richtung wir gehen Die Symbole stellen dar Was vor uns, äh Noch kommt Hier wäre Die Sonne anscheinend Na, die Sonne Hier wäre Was ist das? Ein Ei? Irgendein Ei Was ist hier unten nochmal? Genau, ich wollte ja diese Blüte nochmal Ach Muss ich dem was zum Futtern geben? Ich habe gar keine Items mehr Und einen Weg finde ich auch Warte Ich gehe mal hier Und dann muss ich, äh Es war hier runter Dann hier oben Dann hier unten Na, unten Dann nochmal nach oben Oh Okay Nein, doch nicht Eine, ne Noch nicht reife Erdnuss Oh nein Jetzt kommt's Das ist aber sehr hell Ach ja Das Ding Können wir irgendetwas mit Der anstellen Ich meine Oder ist sie nur Hintergründe Vielleicht muss ich das Kind klauen Schnell Klappt das Kind Ja, ja Dann gehe ich mal lieber weiter Jetzt bin ich wieder hier Das war erwartet Irgendwie Das wär's doch Wenn man jetzt irgendwie hier voll das Rätsel machen müsste Machinarium erstmal durchspielen Und Samorost 1 und 2 durchspielen Um im Rätsel hier weiter zu kommen Also um überhaupt das Spiel durchzuspielen Braucht man andere Spiele zu kaufen Toller Genießstreich Ich weiß nicht Ich weiß nicht Was soll das hier Was soll das Kann ich euch klauen Ich könnte euch gute nutzen Nein Ähm Ich gehe lieber nach Äh Schnecken Hier unten ist das Croft Croft Hier da unten geht's zur Oh ja Das da Mit den schreienden Käfern Oh nein Bitte nie Ich gehe mal lieber nach oben Und schaue nochmal bei diesem Helm Bei diesem Bei dieser Erdnuss Das kann nicht sein Ich meine Mir fehlen irgendwie noch drei Blüten Damit ich die Augen da oben Äh Alle offen bekomme So vielleicht Äh Links hier Ich gehe mal nochmal zur Seite hier Und dann hier nach oben Okay Sehr komische Gestalten Darf ich das noch? Nein Ich glaube nicht Ich kann es nicht mehr Kontrollieren Ja Dann geht's weiter Mal schauen Hier unten War ich hier Oder gibt's hier noch was Schönes Hier waren wir ja schon Um das hier Unter dem Käfer zu finden Weiter geht's nach Oben Und hier Hier geht's auch noch Unten lang Aha Gut Äh Eine Blüte Uns fehlen also nur noch zwei Und die andere wissen Wo wir Die andere Wissen wir ja wo die ist Bekommt ihr aber irgendwie nicht Und einen Helm bekommen wir Wissen wo wir Ach mein Gott mein Deutsch ey Wir wissen dass dieser Helm hier ist Aber wir bekommen ihn nicht Irgendwie Ich weiß nicht was der von uns will Nein Nein Einfach unfair Unfair bis zum geht nicht mehr Ich bin in Führung Oh nein Oh nein Das kann gar nicht gut sein Vielleicht habe ich sogar Schwein Und ich habe gewonnen Vielleicht muss ich Wenn er rumspringt Und rumpampelt Diesen Helm nehmen Ich weiß nicht ob das überhaupt geht So schnell Ranging down Ranging down Ja klar Ist klar Eigentlich hat er ja sozusagen Nur zwei alternative Routen Wie er mich abkürzen kann Man Wie ich einfach genau Da hinlaufe Wo er hinläuft Wo ich klick da wie ein Verrückter drauf Wieso denn nicht Wird das Spiel überhaupt mir mal erklären Wieso denn nicht Was sollen diese Bouncy Die Kürbisse hier Wir haben auch nichts besseres zu tun Wahrscheinlich brauche ich den Helm Um die letzte Blüte zu bekommen Boah ich spiele nur noch ein Spiel Und er beendet den Part hier Nein Nein Der hat mich doch gerade nur so angestreicht Ach man Das ist irgendwie ziemlich unfair Ja mach auch noch die steilsten Kurven ever Und äh ja Oh oh Ich bin in Füllung schon wieder Oh mein Gott Wird das was Wahrscheinlich nicht Ganz und gar nicht Schnell Wuhu Wuhu Jetzt äh Boah Also Leute ähm Wir sehen uns dann im nächsten Part Ich Ich schau mal äh Also Ich weiß nicht Ich muss jetzt schon wieder überlegen Ob ich das Also bis jetzt habe ich zum Glück gar nichts nachgeguckt Äh Um hier weiter zu kommen im Spiel Aber ich habe keinen Bock Dass ich euch ein Part hingebe Wo ich einfach nur rumlungere Und nicht weiß was ich machen will Ähm Also dann Leute bis zum nächsten Part Ich schau mal äh Vielleicht finde ich irgendwie einen Weg Und äh Ja Bis zum nächsten Mal dann Ciao Ciao Vielen Dank.